Dankeschön! Mein Geschäftspartner Hamza Halmami kam auf mich zu mit der Idee, wirklich ganz spontan. Und er weiß, dass ich so ein Clubmensch bin. Und ich komme ja auch beruflich aus dem Marketing, aus der Musikproduktion, und war früher DJ und er sagte, ich habe eine Idee und du kannst nicht Nein sagen. Er hat recht gehabt, wir haben an dem Tag direkt beschlossen, dass wir es machen wollen. Wir spielen schon viele 80er, definitiv. Weil der Klang der 80er einfach sehr geil zu diesem ganzen Lifestyle passt. Und weil wir ja auch da den Rollschuh-Beak hatten. Aber wie man sieht, kam man auch super zu an und sagt Rollschuh-Beak. Als allererstes die Schuhe richtig gut zuschüren. Danach nur am Rand tanzen, das ist am Schwimmen, immer schön am Rand schwimmen. Und dann Schutzkleidung. So einfach. ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF für funk, 2017